Und willkommen zurück, live von der Gamescom 2019. Ich habe jetzt das große Glück, ich darf endlich wieder über Spiele reden. Ich freue mich natürlich auch über E-Sport. Ich habe den Florian von der Donkey Crew da. Hallo. Und wir wollen über Last Oasis sprechen. Florian, als erstes Mal Gamescom, super viel Stress für dich. Es ist deine erste, wie häufig warst du schon da? Das ist jetzt meine zweite Gamescom. Und es wird immer stressiger. Es wirkt, es wird immer größer und immer aufwendiger. Und wow, es tut sich so viel. Wir haben voll viel, wir reden mit so vielen Leuten über unsere Spiele, mit vielen Kollegen, mit vielen Spielern. Und es ist einfach klasse hier. Ja, mir macht es auch immer eine Menge Spaß. Aber wie du schon gesagt hast, je länger die Woche auch fortschreitet, desto länger braucht man, um von A nach B zu kommen. Weil viel mehr Leute da sind. Aber wir wollen über das Spiel sprechen, was du mitgebracht hast. Und zwar hast du Last Oasis. Für die Leute, die noch nichts von Last Oasis gehört haben, was ist das? Okay, Last Oasis ist ein Survival-MMO. Und wir versuchen, das Survival-Genre etwas zu revolutionieren. Weil wir sind alle Spieler und wir spielen Survival-Spiele sehr oft. Aber wir sehen, dass es da ein gewisses Verbesserungspotenzial gibt. Wir haben, zum Beispiel ich persönlich, ich habe, glaube ich, fast alle Survival-Spiele gespielt. Und was mich bei all diesen Survival-Spielen gestört hat, ist das Offline-Rating. Das heißt, ich spiele ein Spiel solo mit einer kleinen Gruppe. Du baust eine Basis. Du legst dich schlafen. Nächsten Tag wachst du auf. Alles weg. Und du kriegst nur eine Nachricht, someone killed you. Das war für mich immer das Frustrierende. Ich finde es okay, wenn ich meine Sache verliere, aber ich will die Chance haben, dass ich dabei bin. Und das wäre wirklich unser Anfangspunkt, wie gesagt, das wollen wir ändern. Wir wollen wirklich, dass du schlafen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist, wenn man einfach nicht 24-7 spielen kann. Frustrierend natürlich, gerade für casual-Spieler. Und eben weil diese Survival-Spiele so aufgebaut sind, führt das dazu, dass die Clans immer riesiger und riesiger werden. Klar, aber wenn du 24-7 online sein musst, dann ist es leichter mit einer Schicht. Und dann wird es zur Arbeit. Und das wollten wir nicht. Wir wollten etwas machen, wo wir sagen, es ist ein Hardcore-Game, wenn du online bist. Aber wenn du offline bist, Safety. Das heißt, du musst aufpassen, wenn du spielst, aber sonst, wenn du schläfst, ist es okay. Da musst du dir keine Sorgen haben. Und da haben wir uns eben überlegt, wie schaffen wir das. Und dann haben wir überlegt, naja, wenn die Leute sich immer in Bewegung bleiben müssen und sich offline ausloggen können mit ihrer Basis, dann löst das schon mal einiges. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind ein Nomadic-Survival-MMO. Das heißt, immer in Bewegung zu bleiben ist für uns ein wichtiges Element, das zieht sich durch unser gesamtes Spiel durch. Und das ist wirklich, was wir bekommen haben. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir hätten gerne ein Vehicle, wo man so eine Basis draufbauen kann und wo man seine Basis mitnehmen kann. Da haben wir dann diese Walker erschaffen. Und in unserem Trailer sieht man dann auch diese geflügelten, windbetriebenen Maschinen. Wir nennen es Wood-Punk-Style. Also wir bleiben vom Steampunk etwas weg. Wir haben ganz wenig Metall in unserem Game und ganz wenig Steam. Bei uns basiert alles auf dieser Rotationsenergie von diesen Flügeln. Die treiben die Maschinen an, die treiben die Füße an, auf die sich diese Walker bewegen. Und ich glaube, es hat einen sehr einzigartigen Stil und es fühlt sich auch cool an. Wenn du auf so einem Schiff bist oder so einem Wüstenschiff bist und du hast so das Gefühl, wie sich unter dir die... Ja, es schwankt so leicht. Fühlt sich so an, als wärst du auf einem richtigen Boot. Ja, und es ist auch so, es ist cool, weil du eben... Es ist wie ein Schiff, aber du hast Landschaft unter dir. Das heißt, du hast Terrain, dass er anders ist, dass Kurven hat, dass das Hügel hat. Als wenn du auf dem Walker bist und, sagen wir mal, über so einen kleinen Hügel geht. Ja, ja, dann spürst du so richtig, wie es rauf geht, als wärst du eine Welle und dann bricht es so runter und es schaukelt so schön. Und da haben wir sehr viel Zeit und Energie darin investiert, dass sich das richtig anfühlt. Dass du richtig dieses coole Gefühl von, keine Ahnung, so einem Nomaden auf einer seltsamen, postapokalyptischen Windwelt bist. Also es ist ein sehr eigener Stil und es gefällt uns persönlich sehr gut. Und wir haben auch eine große Beta-Community und denen macht es auch sehr viel Spaß. Ja, freut mich zu hören. Bevor wir jetzt noch weiterreden, würde ich erstmal sagen, schauen wir in den Trailer rein. Und du kannst was dazu sagen, denn man kann natürlich immer viel reden, aber so eine Bilder sagen ja manchmal mehr als tausend Worte. Und das ist jetzt der Trailer, den du ins Mit genommen hast. Das ist Ingame und da haben wir wahrscheinlich den Walker, von dem du gesprochen hast. Das ist einer unserer schnelleren Walker und eben diese Flügel treiben die Gears an, die Getriebe an und das wird dann an die Füße weitergegeben. Und klar, wie jedes klassische Survival-Game, wir haben natürlich Resource Harvesting und natürlich eben, weil wir eben so vehicle-fokussiert sind, ist natürlich Movement wichtig. Ja. Und Piraterie, das heißt, ein Walker versucht den anderen zu haben. Und unser Gaming ist komplett physisch. Das heißt, alle diese Walker bewegen sich wirklich mit der Physik. Sie schwanken und du kannst auch mit Harpunen auf andere Walker schießen und sie dann reinziehen. Und das fühlt sich so richtig cool an. Wenn du ein Pirat bist und mit einer Harpune auf den Walker vor dir schießt und ihn reinziehst und der Vordere versucht dann, soweit es geht. Er rammt ihn einfach. Ja. Da siehst du auch tatsächlich die Physik, von der du gesprochen hast. Und dann kann ich, das sieht aus wie eine feste Basis und boah, das war ein Riesen-Walker da. Wir haben feste Basen und wir haben mobile Basen. Das heißt, du kannst dich als Spiel entscheiden, will ich lieber eine feste Basis haben, die was stärker ist oder will ich lieber eine mobile Basis haben. Und mit einer mobilen Basis kannst du wirklich immer mobil bleiben. Aber für die größeren Clans ist es vielleicht von Vorteil, wenn sie eine feste Basis bauen. Das heißt, wir versuchen hier wirklich für alle verschiedenen Größen von Clans verschiedene, wie soll ich sagen, Spielbereiche zu haben. Dass sie nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern auch irgendwie miteinander spielen. Ja. Und zum Beispiel die größten Clans, die können ganze Server erobern. Und für uns war es wichtig, dass wenn so ein Clan einen Server besitzt, dass sie dann nicht einfach sagen, so, das ist jetzt unser Gebiet und wir kicken euch alle raus. Wenn du als Clan einen Server besitzt, dann kriegst du einen Bonus für jeden kleineren Spieler, der zu dir kommt und bei dir harvestet, bei dir Ressourcen abbaut. Das heißt, die großen Clans haben jetzt ein Interesse daran, dass die kleinen Spieler zu ihnen kommen und verteidigen sie sogar. Und das ist eben unser Ziel. Wir wollen nicht nur ein Kill-and-Side-Spiel. Wir wollen wirklich, dass die Leute miteinander interagieren. Wenn wir sagen, wir haben ein PvP-Game, meinen wir nicht nur Kampf, sondern meinen wir auch soziale Interaktion. Und wir wollen einfach den Spielern die Werkzeuge geben, dass sie ihre eigenen Geschichten schreiben. Und wir hatten das schon in der Beta sehr häufig. Wir hatten zum Beispiel einmal, ist eine gewisse Ressource ausgegangen und dann haben plötzlich alle Clans, die wir vorher schon befreundet waren, angefangen sich zu bekriegen. Nur wegen dieser Ressource. Wenn einer diese Ressource hatte, haben sich alle auf ihn gestürzt. Und das war super, weil sich einfach im Laufe des Spiels die Konditionen verändern. Und das ist eben bei unserem Game ziemlich wichtig. In unserer Lore, in unserer Geschichte hat sich die Erde aufgehört zu drehen. Das heißt, wir haben keinen Tag-Nacht-Zyklus mehr, aber die Erde rotiert noch um die Sonne. Das heißt, ein Tag dauert jetzt ein Jahr. Und diese Nomaden müssen, also die Erde ist auf der einen Seite heiß, auf der anderen Seite kalt. Beide Hälften sind unbewohnbar. Nur in der Mitte ist ein kleiner Streifen, der Twilight Zone, der noch bewohnbar ist. Und unsere Nomaden müssen jetzt immer in diesem Streifen bleiben. In diesem Kreis, in einem Jahr quasi. Genau. Und dafür haben sie eine riesige laufende Stadt gebaut, die Flotilla. Und das ist sozusagen eine Hub-City. Die werden wir am Anfang noch nicht haben, die reichen wir dann später nach. Aber das ist für uns lore-mäßig wichtig. Das heißt, alles, was die Menschheit noch hat, ist diese einzige laufende Stadt. Und von da gehen die Nomaden in die verschiedenen Oasen und harvesten dort die Resources und bringen sie zurück an die Flotilla. Und das ist eben spannend, weil dann sich diese Machtverhältnisse in den Oasen sich selbst entwickeln zwischen den Spielern. Und spieletechnisch bedeutet das, das heißt, eben weil sich dieser Streifen immer verschiebt, kommen im Osten immer neue Server dazu, mit neuen Karten, neuen Ressourcen, während die im Westen nach sieben Tagen wegsterben. Das heißt, die ganzen Server laufen aus. Das heißt, rechts kommen frische Ressourcen rein, die nicht respawnen. Und links sind dann die alten Maps, die dann schon von den Spielern komplett gehavestet sind, laufen dann aus. Das heißt, die Spieler müssen immer in Bewegung bleiben, müssen immer nach Osten wandern mit diesem Streifen, haben immer neue Ressourcen. Und das ist für uns einfach ein extrem wichtiges Element des Spiels. Das heißt, ist es dann auch so, dass die Ressourcen unterschiedlich sind? Also die man dann harvestet, sagen wir, ja gut, es ist ja ein Tag, braucht denn 365 richtiges Tag, dass man dann nur in einem gewissen Zeitraum bestimmte Ressourcen dann auch sammeln? Also es ist so, dass, ja, das Wichtigste ist, dass jede Karte verschiedene Ressourcen hat. Das heißt, wenn ein neuer Server aufpoppt, du weißt vorher gar nicht, was ist da drin. Da kann alles Mögliche drin sein, da können alle möglichen Ressourcen drin sein. Und wenn dieser neue Server aufpoppt, dann stürmen zuerst mal die Leute rein und sagen, ich will es zuerst haben. Klar, basiert dann natürlich ein Haufen PvP, die Leute... Aber das ist ja eigentlich gut. Das wollen wir natürlich. Ja, ja. Das ist natürlich spannend für uns. Und wir finden es einfach furchtbar spannend, wie sich dann diese sozialen Komponenten entwickeln. In anderen Survival Games ist es sehr oft so, du hast dann diese Megatribes und die haben dann eine Grenze und dann passiert nicht viel. Keiner will wirklich angreifen und es ist dann sehr statisch. Bei uns ist eben, weil diese Server wegbrechen, weil ihr Gebiet dann wegfällt, müssen sie immer weiter nach vorne. Aber dann clashen sie natürlich. Und auch vorher befreundete Clans würden dann plötzlich zum Fighten anfangen. Weil sie sagen, hey, das ist jetzt mein Gebiet. Na, dann haben wir Tipps drauf. Und das ist eben für uns super spannend. Und wir haben eben diese vertikale Schicht, dass du die großen und die kleinen Clans hast. Und die haben verschiedenes Gameplay und verschiedene Arten, sozial zu interagieren. Und dann hast du das Horizontale, dass eben die Clans immer weiter wandern müssen. Und wir haben uns einfach sehr viele Gedanken gemacht, wie wir uns ein ideales Survival Game vorstellen. Und das haben wir einfach versucht umzusetzen mit Last Races. Okay, also kann man eigentlich so ziemlich alles wie von anderen Competitoren, sage ich mal, erwarten, wie ein exzessives Crafting-System, werdet ihr vermutlich haben, mit verschiedenen Berufen. Was gibt es noch? Zum Beispiel, lass uns über Character Customization sprechen. Was ja immer eigentlich, also für einige sehr, sehr wichtig ist. Manchen ist es egal. Wie ist es bei euch? Für uns ist es extrem wichtig, vor allem deswegen, weil wir uns entschieden haben, für den Anfang keinen Ranged Combat zu haben. Das heißt, bei uns gibt es keine Bogen oder keine Gewehre. Wir haben uns konzentriert auf den Nahkampf mit Schwertern, mit Äxten. Und das hat einen gewissen Grund. Ich wollte, dass sich die Spieler in unserem Game mehr sicher fühlen als in anderen Games. Das heißt, in anderen Survival Games wirst du gesniped und du bist weg. Und das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich so, als hättest du keine richtige Chance gehabt. Du hattest nicht wirklich die Möglichkeit, ja, du kannst die Pixel in der Distanz ziehen, aber das wollten wir nicht. Wir wollten, dass du, wenn du jemanden angreifst, überlegst, okay, alles, was ich an mir habe, riskiere ich, wenn ich angreife. Und das war für uns wichtig. Wenn du versuchst, jemanden anderen anzugreifen, riskierst du, was du selbst hast. Das heißt, du bist jetzt viel vorsichtiger. Ja, du kannst angreifen, aber du kannst auch alles selbst verlieren. Und ich glaube, dass wir hier eine viel interessanter Balance reinbringen. Und eben da jetzt zurück zum Character Customization. Weil wir nur Melee Combat haben, ist Character Customization so viel wichtiger. Wir kommen aus der Modding Szene für Mountain Blade Warband. Und du siehst Leute und du erkennst Leute in ihrem Aussehen. Ja, du weißt, der Typ mit diesem Bart und mit diesen Haaren und mit diesem Armour, den kenne ich. Das ist Armin. Genau. Und das macht es einfach so viel persönlich, weil du siehst ihn und du weißt, der hat mich letztes Mal besiegt. Vielleicht halte ich da. Mit dem habe ich aber noch eine Rechnung auf. Oder umgekehrt. Oder du sagst, den will ich haben. Und deswegen versuchen wir extrem viel Customization anzubieten. Und wir werden da im Laufe des Early Access immer mehr und mehr Möglichkeiten hinzufügen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele, eine Anzahl an verschiedenen Bärten, Haaren, Male und Female Models. Und da wollen wir einfach konstant hinzufügen, weil für uns das einfach wichtig ist. Und es ist einfach cool, wenn man sich selbst ausdrücken kann. Okay, wir bleiben aber, was Rassen angeht, sage ich mal, jetzt nur bei Menschen, oder? Also ich kann keine fliegenden Echsen spielen oder sonstiges. Es soll schon noch, ich möchte nicht realistisch sagen, weil wir haben ja die Walker. Also unser Approach zum Realismus ist, alles, was sich ein Zwölfjähriger vorstellen kann, das funktionieren kann, funktioniert. Alles klar. Wir wollten uns nicht weiter einschränken als das. Wir wollten uns nicht wirklich limitieren lassen von Realismus, weil dafür spielen wir keine Spiele. Wir wollten was Cooles machen. Aber uns zu einer Frage zu kommen, ja, für mich war es wichtig, dass wenn du einen Mensch in unserem Spiel siehst, ist das ein Spieler. Garantiert. Wir haben keine menschlichen NPCs, aber wir haben dafür Affen-NPCs. Wir nennen sie die Rupus, das sind sozusagen weit in der Zukunft fortgeschrittene oder Evolutionsfort... In einer anderen Richtung. Ja, genau. Die haben sich eben weiterentwickelt. Und das war für uns wichtig, weil diese Affen-ähnlichen, humanoiden Gegner bringen dir bei, wie man den Nahkampf kämpft. Die haben auch Waffen. Das heißt, du musst nicht nur gegen andere Spieler trainieren. Du kannst auch einfach zu diesen Affen hin und mit ihnen trainieren. Und sie jagen dich auch oder du jagst sie und ja, also das sind die anderen Bewohner von dieser Erde. Die haben auch... Von dem Streifen. Genau, genau. Und wir haben auch eine Lore-Erklärung für die, aber das verstecken wir eh im Spiel. Also unsere Lore wollen wir jetzt nicht einfach nur so... Nicht spoilern. Wir versuchen, dass wir die Lore mit Ingame-Objekten und mit Ingame-Environment erzählen, mit Level-Design etc. Wie stark werde ich als Spieler darauf angewiesen sein, in einer Gruppe zu spielen, beziehungsweise gegen andere Spieler anzutreten? Gibt es eine Möglichkeit für mich auch Singleplayer-Spaß zu haben und PvE einfach zu erleben und so meine Geschichte vorzuführen? Ja, also wir haben versucht und wir versuchen auch immer, unser Spiel, soweit es geht, als Solospiel auch spielen zu können. Natürlich ist es ein Multiplayer-MMO-Survival-Game, aber es gibt gewisse Grenzen. Du wirst wahrscheinlich den größten Walker nie selbst alleine bauen können. Es ist nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Es dauert sehr, sehr lange. Ja, aber wir haben versucht, so viel Content und so viele Möglichkeiten wie möglich hinzufügen, dass du es alleine spielen kannst oder mit einer kleinen Gruppe. Zum Beispiel, was wir haben, was auch viele andere oder ich glaube kaum ein anderes Survival-Game hat, ist, für mich war es wichtig, dass wir eine Economy hinzufügen. Das heißt, wir haben jetzt all diese Server und alle diese Server haben verschiedene Ressourcen. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ist, alle diese Server haben auch ein Trade-Hub. Das heißt, du kannst mit deinem Walker zu einem von diesen Trade-Hubs hinfahren, hinlaufen und dann dort handeln. Und weil eben jeder Server verschiedene Ressourcen hat, entwickeln sich verschiedene Preise, Angebote und Nachfolge. Das heißt, in unserem Survival-Game kannst du Geld machen, einfach indem du zu einem Server läufst, dort billig einkaufst, woanders hingehst und dort billig verkaufst. Natürlich ist der Weg gefährlich und andere Leute werden sich denken, Piraterie ist auch eine Option. Und da schauen wir eben, dass wir eine Balance finden, dass wir Händler haben, dass wir Piraten haben, dass wir Söldner haben. Dass du zum Beispiel einen Freund anmieten kannst und ihm etwas Geld geben kannst, dass er dich begleitet. Und wir wollen da wirklich, dass das so ein bisschen wie EVE Online, dass wir da so ein bisschen in die Richtung gehen. Dass es sich einfach wirklich wie eine soziale Welt anfühlt, wo du mit anderen auf verschiedensten Arten und Weisen integrierst. Okay, wie sieht das aus bei MMORPGs? MMORPGs ist ja häufig so, dass viele Leute sich Raids wünschen und auch Dungeon oder Instanzen. Habt ihr was Vergleichbares bei euch? Wir haben was Vergleichbares, glaube ich. Also wir haben gerade jetzt auf der Gamescom einen neuen Mob vorgestellt. Das heißt, wir haben was wir Eventmaps nennen. Das heißt, alle paar Stunden kommt ein Asteroid und schlägt auf der Erde ein und dann spawnt er eine neue Map. Und da kann alles mögliche passieren. Und was wir gerade hinzugefügt haben, ist ein 250 Meter langes Sandwurm, der komplett physisch ist und den du mit deinen Walkern jagen kannst. Aber der ist so gigantisch und so riesig, da brauchst du wirklich eine Party, da brauchst du wirklich drei, vier Walker und der ist brutal. Da musst du aufpassen, da musst du davor nochmal deine Sachen wegpacken, nur das Nötigste mitnehmen. Wir hoffen, dass sich die Leute da wirklich vorbereiten und so Jagdpartys machen und Strategien entwickeln. Und für mich war es wichtig, dass dieses Ding, dass dieser Sandwurm nicht nur schön animiert ist, sondern dass er wirklich physisch ist. Das heißt, du kannst in ihn reinrammen, du kannst ihn mit Harpunen am Boden festnageln, du kannst auf ihn rausspringen und auf ihn herauflaufen, aber er kann nicht auch aufgabeln und wegschmeißen. Also, ich bin ein großer Dune-Fan und das wollte ich schon immer haben in so einem Game und ich glaube, das passt für unser Setting einfach toll. Wir haben dieses Wüstensetting und diese eleganten Windmaschinen und jetzt haben wir einen ziemlich eleganten Sandwurm, der einfach wunderbar dazu passt. Und wir wollen mehr und mehr von diesen Sachen hinzufügen. Wir wollen auch in Zukunft Early Access Caves hinzufügen, wo du runtergehen kannst und Content exploren kannst. Und wir haben viele Pläne, auch mit Lore, wo du wirklich in diesen Caves erkennst, was ist passiert, warum hat sich die Welt aufgehört zu drehen, was ist der Grund, warum wir alle hier sind. Und wir haben einfach viele Sachen, die wir so erzählen wollen. Und ich glaube, das ist eine sehr angenehme und coole Art, die Lore zu erzählen. Ja, und das wird natürlich wahrscheinlich immer weiterentwickelt werden, so wie du gesagt hast. Es ist ein MMORPG. Sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, um einmal zurückzukommen auf die Händler-Hubs, von denen du gesprochen hast. Wie kann ich mir das vorstellen als Händler? Ich habe jetzt meine Materialien gefarmt. Ich habe mein Leben riskiert, bin rausgegangen. Und möchte jetzt einen großen Reibach machen. Gibt es so etwas wie ein Auktionshaus? Kann ich selber meinen kleinen Stand aufbauen? Muss ich selber zu Händler? Wie läuft das ab? Also wir haben, wir nennen es die Trade Station. Das ist eines der größten Gebäude, die es gibt. Das ist, glaube ich, muss über 70 Meter hoch sein mit verschiedensten Plattformen. Und es ist ein bisschen wie ein Landhafen. Das hat so, ich glaube, hier, nein, hier sehen es wir nicht, aber es hat so Zungen, die da rausgehen. Das heißt, du kannst mit deinem Walker hinlaufen, egal wie groß er ist, weil es eben so wie ein Hochhaus ist. Und du kannst einfach anlegen und dann reingehen und deine eigenen Angebote reingeben. Oder du kannst schauen, was wird hier angeboten und kaufen. Okay. Und das ist halt cool. Wir haben auch gewisse Walker, die was eben genau dafür gedacht sind, dass du damit handelst, dass du damit groß einkaufst und groß verkaufst. Und es passt halt sehr in das ganze System, weil manche Leute wollen lieber in einem Gebiet bleiben und dort harvesten und an die lokale Station verkaufen. Und andere wollen lieber nicht harvesten und da einfach das weiterbringen und woanders verkaufen. Und was an dem System meiner Meinung nach ziemlich cool ist, ist, wenn du genug Geld hast, kannst du einfach zu einer Trade Station gehen und da mehr oder weniger einen fixfertigen Walker kaufen. Solange du dir alle Ressourcen dort leisten kannst, kannst du einen ganzen Walker dort kaufen. Das heißt, du kannst, du wirst nie alles verlieren. Du hast immer Geld im Hintergrund, dass du wieder reinvestieren kannst und nicht komplett auf Null zurückgesetzt. Und das war uns einfach wichtig, dass es schwer ist, dass du komplett zu Null zurück wirst. Es ist einfach nicht so toll, wenn du alles verlierst. Es ist cool, wenn du einen kleinen Sicherheitsbuffer hast. Wie ist das mit der Gruppengröße, also mit der Partygröße, mit wie vielen Freunden, also wie viele Freunde muss ich jetzt überzeugen, mit mir zusammen ein neues MMORPG anzufangen? Also wir haben keine strikten Limitationen. Wir haben das Gefühl, dass es zwischen 3 und 15 die beste Größe ist. Okay. Aber wir wissen auch, dass wir natürlich mit viel größeren Gruppen konfrontiert werden werden und wir haben auch gewisse Game Design Elemente, wo wir hoffen, dass wir es hier passend machen, dass die alle richtig zusammen spielen können. Eben wie ich vorher schon gesagt habe, mit den verschiedenen Layern, wo die ganz großen Clans auf einer anderen Ebene spielen. Also nicht physisch auf einer anderen Ebene, aber sie haben ein anderes Gameplay als die kleineren. Aber ich würde sagen, solange du mit ein paar Freunden auf einem Walker bist, wirst du schon ziemlich viel Spaß haben. Ja, cool. Ich freue mich sehr. Ich habe gelesen, ich muss auch gar nicht mehr so lange warten. Ja, aber ein bisschen schon noch. Wir wollten eigentlich am 3. September releasen. Wir haben uns entschieden, zum Großteil wegen unserem Beta-Test, wegen unserer Community, an die ich ein großes Danke sagen will, weil die helfen uns sehr, das Spiel zu testen. Sie haben gesagt, hey Leute, nehmt euch noch Zeit, macht es wirklich perfekt. Wir sind nicht sauer, wenn ihr es ein bisschen verschiebt. Also haben wir gesagt, wir verschieben es ein bisschen. Ich kann dir jetzt noch kein genaues Datum sagen. Ende der Woche werden wir das neue Datum bekannt geben. Okay, okay. Und dann werde ich auch Bescheid wissen und dann kann ich auch meine Freunde briefen. Es hat mich unglaublich gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du uns Last Oasis vorgestellt hast. Gerne. Ich bin gespannt, ein Survival MMORPG, wo man einfach auch mal in Ruhe schlafen gehen kann, ohne Angst zu haben, am nächsten Morgen aufzuwachen. Und gar nichts mehr zu besitzen. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und wenn wir wieder da sind, sind wir live auf der Bühne mit Axel, mit unserem nächsten Stage Show. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Wir sind natürlich hier vor Ort, live auf der Gamescom 2019. Also, bleibt dran. Danke. Danke. Vielen Dank.